Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren OneFootball Q&A. Eure Fragen, meine, unsere Antworten zu allen Themen, die euch berühren und Überraschungen. Es geht heute am meisten um den DFB. Ich bin noch ein bisschen verschnupft und habe irgendwie kurzen Atem heute. Also nicht wundern, wenn ich kurz Asthma-Spray brauche oder mal ein Sauerstoff-Zelt oder einfach kurz ein Päuschen. Vielleicht ein Nap mache unter dem Tisch. Wird nicht lange dauern. Ich mache meistens maximal sieben Minuten. Leon Patzke, seid ihr nicht der Meinung, dass Boateng und Hummels noch ein... Okay, alle beruhigen sich ein bisschen, Freunde. Wir machen die Frage nochmal. Dann bin ich der Meinung, dass Boateng und Hummels oder einer der beiden zusammen mit Süle nicht immer noch eine bessere Verteidigung darstellt, als sie jetzt wird, vermutlich mit Süle, mit Tar oder Stark. Das war doppelte Verneinung. Sprich, die Frage ist... Okay, nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Boateng und Süle oder Boateng und Hummels oder Hummels und Süle die beste deutsche Innenverteidigung ist. Hummels und Süle? Vielleicht. Kann man vielleicht ein Case für machen. Aber prinzipiell glaube ich, ganz klar, Niklas Süle ist ein ganz zentraler Baustein für die Zukunft der Nationalmannschaft. Ich glaube, der zweite Innenverteidiger wird Antonio Rüdiger sein für das Erste. Das war ja schon bei der WM so, dass er scheinbar vor Niklas Süle sogar war. War auch wieder ein bisschen eine seltsame Entscheidung von Jogi Löw da. Niklas Stark ist da noch nicht drin in dieser ganz engen Rotation, wird aber da reinkommen, das ist gar keine Frage. Die Frage ist halt... Also Boateng zum Beispiel, da tut es mir wirklich leid, da sehe ich es einfach nicht mehr, dass es reicht derzeit. Zumindest derzeit. Und ich glaube einfach, dass es keine reine sportliche Entscheidung ist. Darüber reden wir aber auch gleich noch ein bisschen mehr. Aber nein, ich glaube nicht, dass das unbedingt die beste deutsche Verteidigung wäre. Hatte man wirklich das Gefühl, dass Thomas Müller verantwortlich für gute Stimmung in der Nationalmannschaft ist? Denn ich hatte das nicht. Ganz im Gegenteil. Nach allem, was man von der WM 2018 gehört hat, war Thomas Müller Teil einer Gruppe im Kader, die eher für das Gegenteil gesorgt hatte. Er war Teil dieser 2014er Weltmeistergruppe, die sich scheinbar dieser jüngeren Generation, der Conflict-Cup-Sieger, deutlich überlegen fühlte. Deshalb sehe ich das nicht. Ich sehe nicht, dass Thomas Müller unbedingt für gute Stimmung gesorgt hat. Und ich glaube sogar, dass das einer der Gründe ist, warum er nicht mehr nominiert werden soll, dass er eben nicht für gute Stimmung gesorgt hat. Sondern ganz im Gegenteil, dass er nicht der Typ ist, der bereit ist, sich auf die Bank zu setzen mit 29 Jahren. Und eben nicht bereit ist, diese Polyrolle anzunehmen. Und ich glaube, dass daher die Entscheidung von Jogi Löw kam. Dass man gesagt hat, wir wollen neu auf Bonn, wir wollen Ruhe, wir brauchen nicht diese alte Garde, die berechtigterweise einen großen Anspruch darauf hatte, ihre Meinung zu sagen. Aber wenn man eben sportlich sie nicht mehr als wichtigsten Bestandteil plant, dann ist es auch schwierig, für solche alte Grede-Spieler das einzusehen. Und ja, deshalb glaube ich, waren das nicht nur sportliche Entscheidungen. Wer wird denn? Tosca, wer wird die neue Innenverteidigung der Nationalelf? Werden es neue Talente wie Toruna Riga oder die Alten wie Rüdiger? Antonio Rüdiger ist letzte Woche 26 geworden. Wo ist das denn alt? Flo, wie alt bist du? Äh, 18. Flo, wie alt bist du? 25. Flo ist 25. Ist Flo alt? Denke nicht. Toruna Riga ist noch nicht so weit. Mann, Toruna Riga kann sehr gut werden, aber er ist noch nicht so weit. Nein, es wird eine ganz normale Entwicklung geben. Niklas Süle ist der wichtigste Spieler. Meiner Meinung nach wird er neben Antonio Rüdiger spielen. Jonathan Tarr wird eine große Rolle spielen. Natürlich wird Niklas Stark irgendwann eine Rolle spielen. Aber das wird jetzt, es ist jetzt, ihr dürft euch diesen Umbruch jetzt nicht vorstellen, dass man quasi, jeder der über 23 ist, spielt keine Rolle mehr. Das ist ja absoluter Bullshit. Ganz im Gegenteil, es ist einfach so, dass man sagt, man muss den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt bedeutet, die Jungs, die jetzt Anfang, Mitte 20 sind, zum Teil eben auch noch Ende 20, aber weniger, die kriegen da jetzt eine Chance. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir es gut werden. Mustafi in der Nationalmannschaft sehen, wobei ich kein großer Fan von ihm bin. Wundern wird es mich allerdings nicht. So. Matias Ginter. Matias Ginter. Richtiger Heimat. Matias Ginter wird eine elementare Rolle spielen. Matias Ginter wird immer, immer, immer im Kader stehen. Ganz klar. Marcel, wer sind für euch die nächsten Streichkandidaten beim DFB? Und da kann man die nächste Frage nehmen von Tobias B. Wenn die drei gehen mussten, muss Kroos, der Anders als Hummels zum Beispiel, seine Forma überhaupt nicht wiederfindet, auch gleich geben. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, da sprichst du natürlich was an, oder beide sprechen wir es an. Was sind die nächsten Streichkandidaten? Ich glaube, wir haben alle direkt mal zwei Spieler im Sinn. Und das ist höchstwahrscheinlich Manuel Neuer. Und viele werden auch sagen Toni Kroos. Toni Kroos finde ich allerdings nicht so richtig fair. Denn, ja, Toni Kroos hat nach der WM keine gute Saison gespielt. Toni Kroos war aber jetzt auch lange verletzt raus. Er ist seit Anfang Februar wieder mit dabei. Hat ja die Autorenverletzung Ende letzten Jahres gehabt und Anfang diesen Jahres. Und anders als Hummels und Boateng, die haben nämlich letztes Jahr ein DFB-Pokalfinale gegen die 1.0 gespielt, hat Toni Kroos im Champions-League-Finale mit Real Madrid gewonnen. Also, da jetzt zu sagen, Toni Kroos ist drüber, den kann man nicht mehr brauchen, ist nicht ganz fair. Die Frage ist allerdings, braucht man den Spielertyp Toni Kroos noch? In meinen Augen hat er die fußballerische Qualität allenfalls und jedes Mal. Die Frage ist aber wirklich, braucht man diesen Ballverteiler im Mittelfeld oder versucht man eben schneller zu spielen? In meinen Augen allerdings hat Toni Kroos bei den letzten Spielen, wo man so ein bisschen Hoffnung haben konnte, dass Deutschland tatsächlich einen neuen Fußball spielt, schneller nach vorne spielt, da hat Toni Kroos zum Teil gute Spiele gemacht und hat da wirklich Freude dran gehabt, mit diesen Jungs zu spielen. Deshalb, für mich Toni Kroos hat einfach auch bei weitem nicht die Liste an, oder die Sample-Size an Verfehlungen, sportlicher Natur, wie sie Hummels und Boateng haben, wo man jetzt wirklich sagen kann, ja, vielleicht reicht es da einfach nicht. Auch wenn ich da jetzt viel Hass auf mich ziehe, meine Meinung ist es eben und es scheint auch die des Bundesdrainers zu sein. Und ein anderer Streichkandidat ist natürlich Manuel Neuer. Ich glaube, da hat sich Jogi Löw sehr, sehr früh darauf festgeschossen, dass man nach der WM gesagt hat, er bleibt Nummer 1 und er kriegt auch weiterhin die Chance. Das würde er jetzt ein bisschen bereuen. Denn ja, ich glaube nicht, dass Manuel Neuer 2020 zur EM-Deutscher Stammteuter sein wird. Und das wird man ganz deswegen sein, das ist auch völlig zu Recht. Patrick FCB. Man hat jetzt vorne nur die gleichen Spielertypen, mit Werner, Sané, Gnabry, Brandt und so weiter. Da schon mal einen Wurf. Brandt und Sané zu vergleichen, das ist schon nicht so einfach. Das sind nicht die gleichen Spielertypen. Sollte man jetzt einen großen Stürmer im Kader haben und während der Partie taktisch umstellen können. Wenn man gegen tiefstehende Gegner nicht mit der Taktik klarkommt, kann man halt nicht wirklich umstellen. Denn daher hatte ich Müller in die... Da... Alter, ich kann es überhaupt nicht lesen. Daher hätte ich Müller, der in die Räume geht und vor allem, welcher öffnet, behalten, zumindest für die Bank. Genau, komplett nachvollziehbar. Ich weiß ganz genau, was du meinst und ich verstehe komplett, warum du sagst, dass du Thomas Müller beihandeln willst. Ich sage aber auch, ich bin mir nicht sicher, ob Thomas Müller bereit ist, diese Rolle zu spielen. Und du musst dir dann auch überlegen, Thomas Müller funktioniert bei Weitem nicht gegen alle Gegner. Thomas Müller ist sicherlich kein Allheilmittel für irgendeine Offensive. Es ist nicht so, dass du Thomas Müller reinwirfst, wenn nichts funktioniert und dann erzwingt er was. Vielleicht klappt mal was. Ja, viel wichtiger wäre es für mich, was du gerade sagst, einen Brecher vor und drin zu haben. Einen großen Stürmer. Problem ist nur, kannst du die halt nicht züchten. Kannst du schon, aber Flo will schon wieder Davy Selke nominieren. Kannst du die halt nicht züchten. Und mich würde es nicht mehr überraschen, wenn Davy Selke bald immer nominiert wird. Er spielt gerade eine starke Rückrunde, warum denn nicht? Aber das ist nämlich das Problem. Wenn man sagt, man will jetzt diesen Umbruch machen und Hummels und Boateng und Sami Khedira aussortieren, war der richtige Schritt dafür, in meinen Augen wirklich, dann muss Thomas Müller damit einhergehen. Das ist einfach so. Eben nicht nur aus sportlichen Gründen, sondern auch wegen dem, was neben des Feldes passiert. Hallo, Jan Kemmerling. Und ich versuche die Frage diesmal nicht zu verhaspeln. Inwiefern denkt ihr, dass der FC Bayern und dessen Forscher das Recht hat, sich in die Angelegenheiten des Nationalteams und Jogi Löw einzumischen? Ja, das ist natürlich so eine ewige Frage. Wie weit haben sie das Recht? Am Ende des Tages bezahlt der FC Bayern München die Gehälter dieser Spieler. Er ist der Arbeitgeber. Hat bestimmt ein Mitspracherecht. Sie versuchen sich aber ja gar nicht so sehr in die sportlichen Angelegenheiten einzumischen. Und ich finde, es gab ja gestern wieder Kritik für die Pressemitteilung des FC Bayern. Fand ich nicht unbedingt angebracht. Der FC Bayern hat da richtig drauf reagiert, in meinen Augen. Und es ist sicherlich das Recht, das zu sagen. Der FC Bayern hat quasi nur gesagt, es sind verdiente Spieler. Wir glauben, es sind immer noch Top-Spieler. Und wir finden den Zeitpunkt sehr, sehr ungünstig und die Art und Weise nicht gut. Alles richtig. Hat man sich in meinen Augen nicht irgendwie zu weit eingemischt. Komplett in Ordnung. Welche Spieler wird Real nach diesem Debakel im nächsten Sommer ersetzen? Kroos, Modric, Bale, Benzema? Alle! Alle ist die Antwort. Bei Real steht ein Riesenumbruch an. Vielleicht bleibt Kroos. Vielleicht bleibt Bale. Vielleicht, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass alle gehen. Vielleicht, also ich würde derzeit sagen, dass Kroos die größten Chancen hat zu bleiben und alle anderen weg müssen. Bei Real wird einiges passieren und ich denke, auch sogar Marcelo. Die stehen alle komplett, sind nicht mehr unantastbar. Sergio Ramos? Sergio Ramos, das ist halt auch eine gute Frage. Der spielt auch nicht toll derzeit. Patrick FCB. Dritte Frage. Findet ihr auch, dass man jetzt neben Neuer, der auch umstritten ist, keine Führungsspieler hat? Junge Spieler, schön und gut, aber man braucht noch ein paar, die vorangehen und mal auf den Tisch schauen, wenn es nicht funktioniert. Kroos zum Beispiel ist alles andere als ein Führungsspieler. Wer war das denn von den anderen? Wer hat denn da auf den Tisch gehauen? Also, ich sag dir mal eins, wenn Mats Hummels auf den Tisch gehaut, dann lacht die halbe Mannschaft. Es ist so. Und Jérôme Boateng ist auch nicht der absolute Lautsprecher. Auf dem Feld sind das Leader, das glaube ich, aber wir sind doch, das nächste große Turnier ist 2020 und es kann nicht der Anspruch des DFB sein, dass man sagt, die EM 2020 wollen wieder gewinnen. Man ist jetzt wieder in einer Phase der Umstrukturierung und des Wiederaufbaus. Und Teil einer Umstrukturierung ist, dass neue Leader gefunden werden. Niklas Süle kann ein Anführer sein. Joshua Kimmich ist mehr Anführer, als die drei Siemens zusammen waren. Ich hab da keine... Marc-Athritus Segen, der höchstwahrscheinlich bei den nächsten Flichtspielen im Torspiel mitführt in der Nationalmannschaft, da hab ich so ein Gefühl, spielt bei Barcelona-Stamm, dem wahrscheinlich besten Mannschaft der Welt der Zeit. Es sind Spieler in diesem Kader, die vorangehen können. Man macht es sich sehr leicht zu sagen, jetzt sind die drei Bayern-Spieler los, da haben wir niemanden mehr. Nur weil wir die bayerische Brille natürlich haben, wenn wir auf deutsche Spieler gucken. Es gibt genug Topspieler in der Nationalmannschaft. Marco Reus ist ein Anführer. Marco Reus ist ein Red-Nationalspieler. Marco Reus ist seit drei Jahren Kapitän von Borussia Dortmund. Marco Reus hält seit drei Jahren eine Mannschaft zusammen, die jedes Jahr neu zusammengestellt wird. Es gibt Führungsspieler in der deutschen Nationalmannschaft ohne Hummels, ohne Boateng und ohne Thomas Müller. Und genau das ist der Grund, den ich vorhin angekündigt habe. Man will dieses Machtvakuum jetzt haben. Natürlich geht eine Lücke auf. Natürlich fehlen da jetzt ein paar Führungspositionen. Natürlich wird da sich neu sortiert werden müssen und man muss gucken, wer macht jetzt was. Aber genau deshalb macht man es jetzt. Denn jetzt ist der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt der Verkündung war scheiße. Müssen wir nicht drüber reden. Jogi Löw hat es verkackt mit dem Zeitpunkt. Gar keine Frage. Aber man macht es eben genau deshalb jetzt. Denn jetzt hat man Zeit, völlig entspannt, völlig unter Druck, dass diese Mannschaft sich finden kann, zusammenwachsen kann, dass man einen neuen Stamm finden kann. Deshalb ist es der falsche Zeitpunkt von Jogi. Der richtige Zeitpunkt ist insgesamt vielleicht sogar ein bisschen zu spät. Was glaubt ihr ist der Grund dafür, dass Jogi weiterhin an Manuel Neuer fest hat? Anstatt mal an den höheren, meiner Meinung nach, besseren Torwart wie Marc-André Testegen zu denken. Verschiedene Gründe hier. Ich glaube a, dass Jogi Löw sich ein bisschen vergaloppiert hat, als er direkt nach der WM gesagt hat, Manuel Neuer bleibt unser erster Torhüter. Dann muss man auch sagen, dass ein Torhüter natürlich eher das Potenzial hat, auch mit über 30 Weltklasseleistungen zu bringen. Und auch wenn er es länger nicht gemacht hat, weil es einfach eine andere Position ist. Und ich glaube, dass Jogi Löw halt bei Manuel Neuer eher denkt, dass er weiterhin ein Weltklasse-Mann sein kann, als bei den anderen drei. Aber wie gesagt, ich glaube, nagelt mich darauf fest, ich glaube, am Ende des Jahres 2019 oder spätestens zu EM 2020 ist Manuel Neuer nicht mehr erster Torwart. Und dann wird sich das Problem von selbst lösen, denn er setzt sich vielleicht bei der EM noch auf die Bank, danach aber garantiert nicht mehr. Das verspreche ich euch. Passt jetzt nicht zum Thema, aber zur Champions League. Was ist zu Hause mit Real los? Acht Tore aus den letzten drei Spielen. Acht zu eins Tore aus den letzten drei Spielen. Also eins zu acht Tore, meinst du, glaube ich. Ja, Freunde, ich kann euch jetzt genau sagen, was los ist. Wir waren da. Wir waren da am ersten Spiel, haben so drei kassiert, danach nochmal verloren gegen Basel, danach in der Champions League zu Hause, vier kassiert. Wir haben Real verflucht. Es tut uns sehr leid. Nein, Real Madrid ist halt einfach, da läuft jetzt halt einige schief und es fehlt halt offensiv komplett an Waffen. Man hat niemand. Vinicius Junior jetzt auch raus. Schwierig. Ich will hier ja keine Fragen verpassen, Freunde. Jetzt werden wir so ein bisschen durchspulen. Was haltet ihr vom Zeitpunkt der Bekanntgabe aus sich als FC Bayern? Ich meine, mitten im Titelkampf und nächste Woche das wichtige Rückspiel gegen Liverpool. Jetzt kommt der, oh, das Wort lese ich nicht vor, von dem Bundestrainer und setzt drei gestandene Nationalspiele im Rahmen eines kurzen Gesprächs ohne Bewährung vor die Tür. Hat dies Einfluss auf die Bayern oder sind sie routiniert genug, das auszublenden? PS, hoffe ich nicht, was du meinst. Michael! Ja, die Zeitgabe, äh, die Zeitgabe, der Zeitpunkt, Alter, ich kann überhaupt nicht reden. Der Zeitpunkt ist nicht gut gewählt, gar keine Diskussion. Und ich verstehe nicht, warum es jetzt so war. Ich verstehe nicht, was Jogi Löw da geritten hat. Muss ich mir so vorstellen, dass er eben die letzten drei Nächte wachgelegen hat und zu dem Schluss gekommen ist und es dann sofort verkünden wollte? Ich meine, wenn das so ist, dann ist es ja sogar Ehrenmann, dann ist es das Beste, was er machen konnte. Aber da muss man sich auch fragen, vielleicht auch da wieder ein bisschen spät. Konnte man das nicht irgendwie, konnte man da nicht eine Lösung finden, Anfang des Jahres zum Beispiel? Ich finde diesen Zeitpunkt nicht gut, du hast es genau, du sagst es genau richtig, man bringt Unruhe in den FC Bayern rein und das ist einfach Quatsch. Und das ist scheiße zu dem Zeitpunkt. Und wenn ich Bayern-Fan wäre, würde ich mich richtig aufregen darüber. Das würde mich brachial nerven. Muss man nicht drüber reden. Ich glaube aber nicht, dass es großen Einfluss auf die drei Jungs haben wird. Ganz im Gegenteil, Niko Kovac hat gesagt, er wünscht sich eine Trotzreaktion und ich könnte mir vorstellen, dass das passiert. PXMTS, hier meine ganze Reihe an Fragen, falls ihr euch diese denn zumutet, zumutet. Wird Fiete Abt seine Zeit im DFB-Kader noch vor der EM bekommen? Nö. Einzige Möglichkeit, wie das passieren könnte, ist, er geht im Sommer zu den Bayern und wird im Sommer vom FC Bayern zu einem Bundesligisten ausgeliehen, spielt in der Bundesliga-Stamm und macht in der Hinrunde zwölf Tore. Mindestens. Und das ist relativ unwahrscheinlich. Das ist ungefähr so unwahrscheinlich, wie dass ich es noch schaffe. Ich glaube, wir haben wieder ab, brauchen noch relativ viel Zeit. Das sieht man, wenn man in Hamburg spielt, wenn er nicht mal spielt. Der braucht noch. Frage 2. Wieso sollte Havertz nicht auch in der Startelf stehen? Was ist das für eine Frage? Er wird spielen. Kai Havertz wird im nächsten Länderspiel von Anfang an spielen. Bin ich mir sicher. War der Herauswurf von beiden Hummels und Boateng nötig oder hätte man einen der erfahrenen Spieler am Kader behalten sollen? Das waren einige dieser Fragen und ich verstehe, warum man das denkt. Warum behält man nicht einen dabei? Wie würdest du das dem anderen verkaufen? Die beiden gehen seit Jahren Hand in Hand. Waren eine Zeit lang das beste Interteidiger Duo der Welt. Und was würdest du denn jetzt sagen? Ja, Jerome, tu mir leid. Mats, du kannst kommen. Nee, Jerome, bleib mal da jetzt. Jerome! Mats, Mats. Thomas, kannst du dir Jerome mal sagen, dass er da... Nein, du sollst auch nicht kommen, Thomas. Das kannst du keinem erzählen. Das funktioniert ja nicht. Das kannst du ja nicht machen. Falls Werner, Brandt, Havertz und Fieter ab zu Bayern wechseln sollten, würde dies die Diskussion zwischen dem DFB versus Bayern nicht überflüssig machen. Da bis dahin, bis dann alle nennenswerte jungen Top-Leute wieder bei Bayern unterwegs sind. Wow! Das wird eh passieren. Das wird immer so sein, die besten Deutschen, die meisten... Der FC Bayern wird immer die meisten Nationalspieler stellen. Das wird immer so sein. Mario Götze wieder im Kader, ja oder nein? Ich wünsche es Mario Götze und ich würde mich wirklich für ihn freuen, aber ich sehe nicht so richtig, wo er positionsmäßig reinpassen würde. Ehrlich nicht. Er könnte diese verkappte Spitze spielen, die er bei Dortmund spielt. Aber da glaube ich, gibt es andere Pläne im DFB. Also ja, Mario Götze eher für mich im Kader als Thomas Müller, auf jeden Fall, aber nee. Frage 6. Geht es denn schon im Sommer? Gute Frage. Wenn Menschen, der meinte wirklich 120 Millionen bietet, dann ja. Wie stehen die Chancen auf einen Verbleib von Kovac? Hätte der Gewinn der Champions League einen großen Einfluss oder geht es hier vielmehr um die Aufholjagd in der Bundesliga? Nein, also wenn Niko Kovac die Champions League gewinnt, dann müssen wir nicht darüber reden, dass er Trainer bleibt. Was ist das für eine Frage? Überhaupt gar keine Frage. Der bleibt auf jeden Fall Trainer, wenn er die Champions League gewinnt. Das verspreche ich. Bundesliga sollte er auch gewinnen am besten, aber inzwischen bin ich überzeugt davon, dass Kovac über Sommer hinaus bei Bayern bleibt. Ich glaube nicht. Also gut, wenn Bayern nicht Meister wird und jetzt gegen Liverpool rausfliegt und den Pokal auch nicht gewinnt, dann wird es schwierig. Aber wenn sie in der Meisterschaft den Weg weitergehen, den sie gerade gehen und der riecht nach Titel, dann werden sie Niko Kovac halten. So, dann machen wir noch ein paar schnelle Fragen. Das ist kyrillisch. Das kann ich nicht lesen. Wo soll Luka Jovic hinwechseln? Denkst du wohin. Bleib, wo du bist, Luka. Unter sieben Millionen Euro kostet die Klausel. Was geht ab? Was ist eure Meinung zum Streit zwischen Leipzig und Bayern? Ist der Werbentransfer schon fix? Wer ist jetzt am längeren Hebel? Lohnt es sich, irgendjemandem auf Instagram zu folgen? Meine Meinung zum Streit ist, dass beide da ein bisschen seltsam mit umgehen. Wie kann denn RB denken, dass sie gerade am längeren Hebel sind? Denn das tun sie faktisch nicht. Der Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, sprich 2020, und sie sagen einfach nur, wir werden den nicht 2020 ablösefrei gehen lassen. Dann geht er im Sommer. Aber ihr könnt das nicht entscheiden, liebe Red Buller-Dosen, wie auch immer man das nennen soll. Ihr könnt das nicht entscheiden, was wollt ihr denn machen? Ihr könnt ihn nicht einfach verkaufen. Der Spieler muss einen Vertrag unterschreiben. Deswegen, die Bayern sind sich ihrer Position da ganz bewusst und deshalb gehen sie auch so offen damit um. Denn sie, es läuft alles. Wenn es stimmt, dass sich Werner, Berater und Bayern einig sein sollen, hat Bayern gar keinen Druck. Letzte Frage von Illusen. Wie bekomme ich jetzt meine Frau dazu, mit mir Fußball zu gucken, ohne Müller, den einzigen, den sie kennt? Ey, wenn du das willst, dann ist das Einfachste zu sagen, es wäre mir wichtig, wenn du mit mir Fußball schaust. Würde mich einfach sehr freuen. Das hilft eigentlich meistens ganz gut. Alles, was ich dazu zu sagen habe. Meine Freundin sagt dann, äh. Ich begrüße. Das war's für heute, Freunde. Hier findet ihr das OneFootballDag. Hier findet ihr immer die Daily News. Falls ihr Fragen zum nächsten Q&A habt, findet ihr immer einen Post im Community-Tab einen Tag vorher. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tut mir leid, dass ich heute so schlecht gesprochen habe. Ist nicht mein Tag. Auf euer Wohl. Eintracht!